Hallo und herzlich willkommen zu Finance TV. Die Digitalisierung erfordert immer neue Kenntnisse und Kompetenzen, auch in der Finanzabteilung. Was die neuen Mitarbeitertypen mitbringen müssten und wo man sie findet, darüber spreche ich mit Stefan Barnes, Director bei Robert H. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Barnes, mit der Digitalisierung werden immer neue technischere Aufgaben gesucht, beispielsweise Predictive Analytics, Big Data Analysen sind Schlagworte, die auf einmal aufkommen. Sind darauf die klassischen Finanzer, die vor 20, 30 Jahren das BWL-Studium durchlaufen haben, überhaupt vorbereitet? Können sie es überhaupt sein? Die Menschen müssen sich da umstellen. Die müssen zum Teil nachgeschult werden. Man muss das Thema natürlich auch, wir sagen immer, umarmen ein Stück weit. Und wir merken auch in vielen Abteilungen im Finanzrechnungswesen, dass es natürlich ein Mix ist aus Personen älteren Jahrgangs und auch jüngeren Personen. Und ich glaube, die Kunst wird so ein bisschen sein, das zusammenzuführen und die Leute an die Themen auch heranzuführen. Was sind denn konkret die Themen, die gefragt sind, die vielleicht bislang in der Ausbildung noch etwas zu kurz gekommen sind und wo man jetzt nacharbeiten muss? Wir merken, wenn wir nach Personal suchen, dass, klar, EDV-Kenntnisse heute eher Standard, also es ist kein besonderer Skill mehr wie früher. SAP-Kenntnisse bei vielen Unternehmen sind auch schon eine wichtige Voraussetzungen, wenn es um dieses Thema Buchhaltung geht. Also SAP, FI, CO, solche Dinge werden häufig vorausgesetzt gerade bei Konzernen und ansonsten auch eine gewisse Offenheit, halt mit internen Systemen zu arbeiten. Viele Systeme sind auch customized auf das jeweilige Unternehmen und man muss einfach relativ schnell sich in diese Themen reinarbeiten, denke ich. Man braucht ja für die fortschrittlicheren Themen oft Menschen, die sehr IT-affin sind, die da eine Art Schnittstellenkompetenz haben. Leute wie Data Scientists beispielsweise. Jetzt ist es ja so, dass die in der Regel sehr gesucht sind und auch die freie Auswahl hätten. Die könnten auch zu irgendeinem Start-up gehen, die könnten vielleicht bei Google sogar anfangen. Wie bekomme ich diese Leute in die Finanzabteilung? Ich glaube, dass die Reputation der Finanzabteilung zu Unrecht teilweise an etwas angestaubt ist. Und ich glaube, es wurde auch schon viel getan mittlerweile. Ich glaube auch, dass so die alten Anreize gar nicht mehr die neuen Anreize sind. Das Thema Statussymbole, Dienstwegen, auch sich über Gehalt die Leute zu motivieren, wird heutzutage auch so ein Stück weit ersetzt, denke ich, durch andere Themen wie Flex-Time, Work-Life-Balance, eben diese flexiblen Arbeitszeiten und vielleicht auch ein moderneres Arbeitsumfeld. Das fängt schon bei der Einrichtung der Büros an oder bei einer gewissen Autonomie, die die Mitarbeiter genießen. Und das sind halt Themen, wo auch im Finanz- und Rechnungswesen gepunktet werden kann. Ich glaube, so diese Zeit dieses grauen Buchhalters, der irgendwo im Keller sein Büro hat, ist auch vorbei. Also wir merken das auch immer, wenn wir Kandidaten interviewen, dass da mittlerweile das Auftreten sich auch verändert hat, wesentlich professioneller ist und dass auch Soft-Skills in dieser Buchhaltung immer wichtiger werden. Sind die Konzerne darauf schon eingestellt? Also gibt es da die schöneren Büros, die besseren Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten, auch mal von zu Hause aus zu arbeiten? Ich denke, es kommt immer mehr. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, wie man das dann in der Führung halt auch managt. Und das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Gleichzeitig strömt eine ganz neue Generation in die Unternehmen, die diese Freiheit auch einfordern. Und die trifft wieder auf eine Führungsgeneration, die wahrscheinlich unter anderen Idealen ausgebildet wurde. Und das wird die große Herausforderung sein. Und ich sehe nicht nur das große Thema im Bereich, diese Person zu rekrutieren, sondern sie vor allem zu retainen. Also das ist die große Challenge. Es gibt ja viele Unternehmen, nehmen Sie mal die WP-Gesellschaften, die sehr gut darin sind, junge Menschen aus den Hochschulen zu rekrutieren. Die größere Herausforderung liegt dann, diese auch zu behalten und nicht nach zwei, drei Jahren wieder an dem Markt zu verlieren. Wie sieht es denn aus auf dem Kandidatenmarkt, wenn ich jetzt diese Menschen suche, speziell vielleicht jemanden, der eine Art Schnittstelle zwischen IT und Finanzabteilung darstellen kann? Wie viele von diesen Personen gibt es? Wenige. Ich glaube, vielleicht ist die Arbeitslosenquote dort irgendwie ein bis zwei Prozent. Von daher langt es bei weitem nicht mehr. Und das gebe ich auch immer allen Unternehmen mit, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir uns suchen, beauftragen, dass es nicht mehr langt, eine Anzeige zu schalten und abzuwarten wie früher. Und dass man proaktiv auf die Kandidaten zugehen muss. Das zieht sich eigentlich durch alle Qualifikationen mittlerweile durch. Der Kandidat von heute, der möchte gefunden werden, der möchte umworben werden. Er weiß um seine Stellung im Markt, er hat eine Vielzahl von Angeboten. Und was ganz, ganz wichtig ist, eine individualisierte Ansprache dann entsprechend den Kandidaten zukommen zu lassen und ihm halt das Gefühl zu geben, dass er wirklich gesucht wird. Jetzt sprachen wir ja schon viel über flexible Gestaltung von Arbeitsmethoden, von zu Hause, im Büro, alleine in Gruppen. Es geht ja auch in der Finanzabteilung ein bisschen der Trend hin zu agilerem Arbeiten. Einfach auch dadurch, dass mehr Feedback-Schleifen erforderlich sind, dass Projekte kürzere Laufzeiten haben. Wie weit lässt sich diese agile Arbeitsweise umsetzen? Und wo, würden Sie sagen, sind Grenzen, da muss vielleicht doch gerade im Accounting Controlling nach wie vor auf eine gewisse Regelbasiertheit geachtet werden? Ich denke, es gibt ja, wie in jedem Accounting Controlling, gibt es gewisse Termine, die fix sind. Der Monatsabschluss, der Quartalsabschluss, der Jahresabschluss. Der Klassiker sind ja auch so die Urlaubssperren im Dezember und Januar. Und ein Geschäftsbericht muss fertig werden. Also es wird sich niemals ändern, egal wie agil oder flexibel Sie in der Abteilung aufbauen müssen. Und ich denke, darauf sind aber auch die jungen Generationen eingestellt, wenn sie in so einen Bereich reingehen. Ich denke, dass aber trotzdem so ein bisschen umgedacht werden muss und dass halt nicht zwingend alles im Büro erledigt werden muss. Und das ist halt natürlich ein Umdenken, was in ein Unternehmen reinkommen muss. Dass man halt möglicherweise auch mal ein Reporting von zu Hause oder mobil erstellen kann. Dass die Mitarbeiter entsprechend auch so ausgestattet werden von den Arbeitsmaterialien, sprich Laptops etc. besitzen. Dass man auch als Buchhalter möglicherweise ein Smartphone hat mit E-Mail-Zugriff. Also das sind so die Dinge, die glaube ich immer mehr Einzug halten werden. Und es ist nicht die Frage, ob Unternehmen sich darauf einrichten sollen, sondern ob Unternehmen, wenn sie es nicht tun, abgehängt werden im Markt. Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss unsere drei Fragen machen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Das kann ein Ja oder Nein einfach sein. Erste Frage. Braucht die Finanzabteilung in der Zukunft grundsätzlich andere Mitarbeiter und andere Qualifikationen als heute? Ja. Zweite Frage. Wird die Konkurrenz gerade um Spezialisten wie beispielsweise Data Scientists weiterzunehmen? Auf jeden Fall, ja. Und zum Abschluss sollten Unternehmen auch in der Ausbildung ihrer Mitarbeiter in den Finanzabteilungen etwas verändern, um diese neuen Anforderungen besser abbilden zu können? Ja, ich denke schon. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren für diese Einschätzung. Das war Finance TV für heute. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut. Vielen Dank.